Musik Also es ist ja so, dass Absolventen von Massenunis meistens ziemlich wenig mitbekommen haben von Praxis im Studienalltag. Und genau hier setzt Campus im 21er an. Wir glauben, dass Theorie erst dann richtig lebendig wird, wenn wir es zeitnah mit Praxis verknüpfen. Unsere Studenten machen einen Abschluss nach international akkreditierten Standards, einen Abschluss einer staatlichen Hochschule und schließen üblicherweise nach sechs Semestern ab. Das heißt, nach sechs Semestern können Sie entweder direkt in die Karriere starten oder Sie hängen direkt einen Master dran, entweder hier am Campus oder im Ausland weltweit. Alle Möglichkeiten. Die Motivation ist relativ einfach, nämlich es macht mir unheimlich Spaß mit jungen Menschen zu arbeiten, weil sie auch die Next Generation da zu sehen, was passiert mit den Kollegen, welche Ausbildung haben sie, daran mitzuwirken und vor allen Dingen dann auch die Brücke zu schlagen für uns, um auch neue Leute dann zu generieren, die Interesse haben, bei uns noch zu arbeiten und auch zu sehen, welche Themen gibt es in dieser Generation, wo müssen wir uns hin entwickeln. Also ist es ein gegenseitiges Lernen. Ich gebe gerne ab von meiner Erfahrung, umgekehrt nehme ich aber sehr gerne auch auf, was ist dort in der Studentenschaft und was kommt dann zurück. Das ist für mich sehr, sehr wichtig und immer sehr, sehr erfrischend. Kleine Studiengruppen, circa 30 Leute, vormittags mit dem Dozenten die Theorie durchsprechen, nachmittags die ganzen praktischen Aufgaben in Gruppenarbeit machen, aber auch Praxistage wie Students mit Alumni von Studenten organisiert oder die Markentage, wo dann einfach Marken da sind, sich vorstellen, wer sind wir. Wir waren auch bei diversen Unternehmen, haben uns die angeschaut mit Dozenten und haben da mal einen Einblick bekommen. Das praxisnahe Studium, das hilft auf jeden Fall beim Berufseinstieg. Das hat mir damals bei meiner Bewerbung auch sehr gut geholfen und wenn Hilfe benötigt wird, stehe ich da jederzeit gerne den Studierenden zur Verfügung. Ich hatte einen ziemlich coolen Gastvortrag im Rahmen des Moduls Visual Media von der Redakteurin von Galileo und ich hatte erst letzte Woche ein Telefoninterview mit der Recruiterin von ProSiden und ich habe jetzt die Möglichkeit, mein Praktikum bei TAP zu machen, was echt ein Traum von mir ist und ich würde echt sagen, dass man beim Campus mega Möglichkeiten hat, mit guten Marken zu netzwerken und ich denke, dass das echt wichtig ist für das spätere Leben. Also wahnsinnige Chancen. Ich habe mich für ein Studium am Campus M21 entschlossen, da ich hier täglich den Bezug zur Praxis spüre. Ich habe theoretisch fundierte Lehrveranstaltungen und ein allumfassendes Sprach- und Zusatzangebot. Das sind Excel-Kurse, PowerPoint-Kurse oder persönliches Coaching. Es gibt hier auch tolle Feste, die die Studenten selber organisieren und ich bin hier keine Nummer, sondern man kennt mich auch persönlich. Unsere Studenten haben viel Leidenschaft und positive Energie. Wir am Campus wollen sie persönlich und individuell fördern, damit sie sich zu jungen akademischen Persönlichkeiten entwickeln können. Musik 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 Vielen Dank.